So, heute gibt es Iris Stew. Das sind die Zutaten. Brühe, Knoblauch, Zwiebeln, Lamm, Rotwein und Wurzelgemüse. So, wir braten das Lammbeisch erstmal an. So, wir braten das Lammbeisch. 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 Okay. 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 Zitzen Okay. 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 Hier leitet die Gemüse an. Paprika will man am besten noch. Reichtlich. Okay. 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 Die Kartoffeln noch dazu. Zitzen. Zitzen, die Zitzen und die Zitzen. Vielen Dank. Kümmernroßel Rosmarin, habe ich zwar leider nicht frisch. Kümmernroßel Rosmarin. Kümmernroßel Rosmarin. Kümmernroßel Rosmarin. Kümmernroßel Rosmarin. Kümmernroßel Rosmarin. Kümmernroßel Rosmarin. Kümmernroßel noch. Kümmernroßel Rosmarin. Dann lassen wir das aufkochen. 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 Das Ganze haben wir dann natürlich mit dem Fleisch garen lassen. So sieht das Ganze dann fertig aus. Guten Appetit. Dann lassen wir das aufkochen.